Willkommen zu Synomeric Live Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Synomeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute kommen wir zum siebten und vorerst letzten Teil unserer speziellen Videoserie zum Thema flexible CNC-Programmierung. Da diese Videos ja inhaltlich aufeinander aufbauen, gehe ich davon aus, dass alle sechs bisherigen Folgen dieser Videoserie schon angeschaut wurden. Und wie immer empfehle ich an dieser Stelle jedem den Einsatz eines digitalen Zwillings der CNC. Ich selbst nutze hierfür Run My Virtual Machine die virtuelle Synomeric One. Im letzten Video hatte ich ja schon erwähnt, dass ich noch ein paar weitere interessante Synomeric CNC-Sprachbefehle vorstellen möchte. Daher befassen wir uns heute zuerst mit programmierbaren Koordinatentransformationen, den sogenannten Frames. Und das zweite Kapitel des Videos dreht sich dann um die indirekte Programmierung von Gehbefehlen. Dadurch lassen sich CNC-Programme nämlich noch flexibler gestalten. Beginnen wir direkt mit den programmierbaren Koordinatentransformationen, den sogenannten Frames. Ein Frame ist übrigens nichts anderes als eine Rechenvorschrift, die ein kathesisches Koordinatensystem in ein anderes kathesisches Koordinatensystem überführt. Welche Frames gibt es denn nun? Wir beginnen mit dem Maschinenkoordinatensystem MKS. Darüber legt sich die Basisverschiebung, der sogenannte Basisframe. Das ist sozusagen eine zusätzliche, unterlagerte, einstellbare Nullpunktverschiebung. Es folgt dann die eigentliche einstellbare Nullpunktverschiebung, zum Beispiel G54. Daran schließen sich die programmierbaren Koordinatentransformationen, die Frames, an. Am Ende ist dann das Werkstückkoordinatensystem, das WKS, definiert. Frame heißt wörtlich übersetzt hier einfach Rahmen. Stellen wir uns einmal ein digitales Foto vor. Was kann man mit diesem Foto zum Beispiel machen? Man kann es einfach verschieben, man kann es rotieren. Das Foto kann skaliert oder auch gespiegelt werden. Und genau das kann man mit den vier Frame-Anweisungen Trans, Rot, Scale und Mirror machen. Also verschieben, rotieren, skalieren und spiegeln. Diese Frame-Anweisungen können natürlich auch verkettet werden. Ich starte mit Frame G54 der einstellbaren Nullpunktverschiebung. Mit dem Befehl Rot drehe ich das Bild. Das gedrehte Bild soll jetzt verschoben werden. Dafür verwende ich den Befehl A-Trans, also eine additive Translation. Das Ganze wird dann mit dem Befehl A-Scale additiv skaliert und zum Schluss mit A-Mirror noch additiv gespiegelt. Wichtig ist es, sich klar zu machen, dass die Reihenfolge der additiven Frame-Anweisungen Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Dies lässt sich sehr schön in diesem Beispiel nachvollziehen. Ich starte wieder mit G54. Statt wie im vorigen Beispiel jetzt zu drehen, verschiebe ich zuerst. Die ersten beiden Frame-Anweisungen sind also einfach vertauscht. Es folgen wie vorher auch die additive Skalierung und die additive Spiegelung. Wie man schön erkennen kann, für die Änderung der Reihenfolge bei den Frame-Anweisungen zu einem anderen Endergebnis. Auch für den aktuell programmierten Frame gibt es eine Systemvariable. Diese Systemvariable hat den Namen $p-Pframe. Sie beinhaltet nichts anderes als ein Mitschrieb der verketteten Frame-Anweisungen und kann jederzeit ausgelesen werden. Schauen wir uns den Aufbau einer Frame-Variablen am Beispiel der Systemvariablen $p-Pframe einmal genauer an. Man kann sich den Datentyp Frame im Prinzip wie einen Schrank mit Schubladen vorstellen. Hierbei beinhalten die ersten drei Schubladen die über die Befehle Trans oder A-Trans programmierte Translation der Geometrieachsen X, Y und Z. Die nächsten drei Schubladen beherbergen die Rotation des Koordinatensystems. Sie werden quasi mit den Befehlen ROT oder A-ROT gefüllt. Mit den Befehlen Scale oder A-Scale sind die drei nächsten Schubladen gefüllt. Sie beinhalten somit die Skalierung. Die Spiegelung befindet sich in den drei untersten Schubladen. Diese werden mit den Befehlen MIRROR oder A-MIRROR belegt. Es gibt auch noch weitere CNC-Sprachbefehle, mit denen man gezielt einzelne Schubladen füllen kann. Darauf werde ich später noch eingehen. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal in einem CNC-Programm an. Im Editor ist das CNC-Programm bereits geöffnet. Als erstes wird eine Anwendervariable vom Typ FRAME definiert. Sie hört auf den Namen MYFRAME. Das ist quasi der Schrank mit den zwölf Schubladen von eben. Es folgen Werkzeug, Spindeldrehzahl und Nullpunktverschiebung. Jetzt wird an dem Ursprung des Werkstück-Koordinatensystems verfahren, um dort eine Rechtecktasche mit 30 mm Weite und Länge zu schrubben. Mit TRANS 60 wird das Koordinatensystem jetzt um 60 mm in X verschoben, um hier die exakt selbe Rechtecktasche noch einmal zu bearbeiten. Als nächstes folgt eine Rotation. Übrigens setzt ein Befehl TRANS, ROT, SCALE oder MIRROR ohne A am Anfang die bereits aktiven programmierten Frames wieder zurück. Demzufolge findet in diesem Beispiel die Drehung wieder am Koordinatenursprung statt. Dabei ist es egal, ob man für die Drehung ROT Z45 oder ROT Z gleich 45 schreibt. Synumerik akzeptiert beide Schreibweisen. Mit A TRANS wird dann noch Additiv verschoben. Diese Kombination merke ich mir für später. Dafür wird die Systemvariable $p-pFrame ausgelesen und der Inhalt in die Anwendervariable geschrieben. Jetzt soll die Rechtecktasche gespiegelt werden. Hierbei muss man aber aufpassen. Es wird nicht um die X-Achse gespiegelt, sondern die X-Werte werden um die Y-Achse gespiegelt. Dass das so ist, muss man sich einfach nur einmal einprägen. Es folgen eine additive Verschiebung und noch eine additive Skalierung, jeweils um Faktor 2 in X und Y. Beim Skalieren mit dem Befehl SCALE muss man daran denken, dass damit ausschließlich die geometrische Größe der Rechtecktasche verändert wird. Parameter wie Werkzeug, Fräsbahn, Überdeckung und so weiter müssen manuell angepasst werden. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass es noch weitere CNC-Sprachbefehle im Zusammenhang mit Frames gibt. Mit C-Trans, Klammer auf X, 120, Klammer zu, kann die oberste Schublade der Systemvariablen $p-pFrame direkt befüllt werden. Dieser Befehl entspricht dem Befehl TRANS X, 120, ist in der Handhabung aber flexibler. Die Befehle C-Trans, C-Rot, C-Scale und C-Mirror wirken nicht additiv. Sie setzen daher die bereits aktiven programmierten Frames wieder zurück. Im letzten Schritt dieses Beispiels soll die bereits geschrubbte Tasche noch angefasst werden. Dafür wird natürlich das Werkzeug zuerst getauscht. Um das Anphasen durchzuführen, wird der programmierte Frame der Tasche reaktiviert. Der Systemvariablen $p-pFrame wird der vorhin gemerkte Wert aus der Anwendervariablen zugewiesen. Dann wird der Zyklus der Rechteck-Tasche mit der Bearbeitungsart Anphasen aufgerufen. Die komplette Bearbeitung in diesem Beispiel ist nach dem Anphasen abgeschlossen. Am Ende wird dann quasi noch aufgeräumt. Mit dem Befehl TRANS ohne weitere Parameter wird der programmierte Frame gelöscht, ohne eine Verschiebung zu aktivieren. Das gilt analog auch für die Befehle ROT, Scale und Mirror, wenn sie ohne weitere Parameter ausgeführt werden. Auf dieses Thema bin ich deshalb so detailliert eingegangen, da Frames ein täglich eingesetztes Hilfsmittel sind. Das zweite Kapitel dieses Videos widmet sich der indirekten Programmierung von G-Befehlen. Wie wir sehen werden, gibt es hier zwei Ausprägungen. Was sind denn nun die sogenannten G-Code-Gruppen? G-Code-Gruppen sind Gruppen zusammengehöriger CNC-Befehle. Von diesen Befehlen kann immer nur einer in einem CNC-Satz programmiert werden, weil einer den anderen ablöscht. Die Befehle wirken zudem modal. Das heißt, der Befehl der G-Code-Gruppe wirkt automatisch in den nächsten CNC-Sätzen bis auf Widerruf durch eine andere Funktion derselben Gruppe. Die modal wirksamen Bewegungsbefehle der ersten Gruppe sind demnach G0, G1, G2 bis G336. G336 ist übrigens der Sprachbefehl für ballige Gewinde. In Gruppe 8 findet man zum Beispiel die einstellbaren Nullpunktverschiebungen und in Gruppe 15 die Vorschubtypen von G93 bis G973. Kommen wir jetzt zu einem Anwendungsbeispiel indirekter Programmierung von G-Befehlen. Es soll flexibel auf die unterschiedliche Anzahl von Aufspannungen in der Maschine reagiert werden können. Dazu müssen je nach Fertigungsauftrag unterschiedliche Nullpunktverschiebungen genutzt werden. Zuerst definiert man hierfür eine Integer-Variable für die Anzahl der Aufspannungen. Im weiteren Verlauf wird dieser Variablen dann der beispielhafte Wert 3 zugewiesen. Das könnte übrigens der Übergabewert eines Anwenderzyklus sein. Mit G, eckige Klammer auf 8, eckige Klammer zu, wird dann die achte G-Codegruppe adressiert. Das ist die Gruppe mit den einstellbaren Nullpunktverschiebungen. Diesem Befehl wird der Wert der Anwendervariablen zugewiesen, also 3. Der vergleichbare direkte Sprachbefehl wäre übrigens G55. Zum Schluss folgen noch Ebene und Werkzeug. Wenn man das Programm jetzt im Automatikmodus startet, sieht man, dass G55, also der dritte Befehl in der achten G-Codegruppe, tatsächlich aktiv ist. Kommen wir jetzt zur zweiten Ausprägung der indirekten Programmierung von G-Befehlen. Zuerst wird eine Textvariable mit 255 Zeichen und dem Namen Command, also Befehl, definiert. Es folgen drei kürzere Textvariablen mit den Namen Feed, Speed und Offset. Diesen drei Textvariablen werden die folgenden Texte zugewiesen. F1000 für Feed, S2000 M03 für Speed und Offset bekommt den Text G56 zugeteilt. Dann werden Feed, Speed und Offset zur Variablen Command verkettet. Es folgt der Befehl ExecString, das steht für ExecuteString, der die Variable Command als Parameter zugewiesen bekommt. Am Ende wird mit M00 noch ein programmierter Halt gesetzt. Wie man in diesem Beispiel sieht, habe ich nur einen CNC-Satz als Textvariable aufbereitet. Dieser Text wird dann als CNC-Satz ausgeführt. Das ist auch der Grund, warum die Variable Command 255 Zeichen lang ist. Das ist nämlich die maximale Länge eines CNC-Satzes. Man muss dabei selbstverständlich aufpassen, denn Syntaxfehler in der Textvariablen führen natürlich auch zu Syntaxfehlern im CNC-Interpreter. Wenn man sich das Ganze jetzt im Automatikmodus der CNC anschaut, kann man sehen, dass für Vorschub der Wert 1000, für die Spindeldrehzahl 2000 und für die Nullpunktverschiebung G56 übernommen wurden. Bleibt noch zu sagen, dass es sich hierbei sicherlich um die Königsdisziplin der flexiblen CNC-Programmierung handelt. Bei der Erstellung eigener Anwenderzyklen ist das aber ein durchaus adäquates Mittel zum Erreichen der Ziele. Das war also der vorerst letzte Teil der Videoserie, bei der sich alles um die flexible Programmierung gedreht hat. Es würde mich freuen, wenn die Videos das Interesse an der Thematik geweckt oder sogar gesteigert haben. Unser Ziel war es dabei auch, mit diesen Videos einen Beitrag zur permanenten Weiterbildung rund um das anspruchsvolle Thema CNC-Programmierung zu erbringen. Am Ende des Videos jetzt aber noch wie immer mein Hinweis, keinesfalls den CNC-4U-Newsletter zu versäumen. Über ihn wird man nämlich auch darüber informiert, wann es wieder ein neues Cinematic Live-Video zu sehen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.